Für die Zuseher, die keinen Farbfernseher haben, Janet läuft in einem orange- oder korallenroten Kleid. Ihr Partner hat das dazu passende korallenrote Hemd und eine schwarze Hose. Musik Ich glaube, ich habe Ihnen eine falsche Information gegeben. Es ist natürlich Gigi und nicht Chi-Chi. Pardon, entschuldigen Sie mich. Ich glaube, so etwas ist für die Zuschauer besonders nett, wenn es kleine Verwandlungen gibt. Vielen Dank. Also bei Janet und Peter kann man auch sehen, dass sie wirklich gut aufgelegt sind heute. Vielen Dank. Ein sehr origineller Schluss. Ich meine vielleicht auch ein bisschen kühl für die Janet. Das war Janet Sawbridge und Peter Delby aus Großbritannien. Sie wurden Dritter bei den Tanzbahnen. Und das wird bestimmt eine Draufgabe werden. Das war Janet Sawbridge und Peter Delby. Kцеibflüggel ist ein sehr guter Their Magne. Er war den Magne. Hier ist er nicht. Das war ganz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.